Es gibt viele Speaker und Trainer im Bereich Führung. Die Gurus in der Branche sind sicherlich so ein Boris Grundl oder auch ein Dr. Sprenger. Aber das Spannende ist, dass die diesen Bereich sicherlich eher aus der Theorie betrachten. Und Harald Saridis ist einer der wenigen, die wirklich auch nachweislich Erfolge als Führungskraft hatten, die 20 Jahre lang wirklich Mannschaften und zwar große Mannschaften zum Erfolg geführt haben. Und ich denke, das ist der große Unterschied. Es ist jemand, der das, was er erzählt, alles selber auch erlebt hat, bewiesen hat, dass es funktioniert. Und deswegen ist er ein spannender Speaker, ein spannender Trainer und deswegen lohnt es sich, ihn kennenzulernen. Und ganz nebenbei, er ist auch einfach ein guter Typ.